hallo freunde ich mache heute ein fassen clown für tanja maus und interesse hat bleibt dran hallo leute ich mache euch die grundierung zeige euch die grundierung hier unten am fuß das ist eine grundierung dass die farbe später nicht reinlauft weil ich muss später malen hier ist eine grundierung und wenn ich die farbe später male dann lauft die farbe da rein deswegen mache ich zeige ich euch meine grundierung und stück oben stück die kreis 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Daumen nach oben.